Wir sind nach Leipzig gefahren, um da drei Punkte mitzunehmen. Am Ende stehen wir ohne Punkte da, das tut natürlich weh. Aber ich glaube, mehr war nicht drin. Wir hatten seit zwischenzeitlich einen Punkt, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht können wir das Spiel drehen, kriegen dann zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt einfach 2-1 und dann wird es schwer, dann musst du ein bisschen aufmachen. Das hat natürlich dann Leipzig in die Karten gespielt. Es sind viele Konter gefahren, am Ende war es dann zu wild von uns. Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn du getroffen hast. Aber am Ende haben wir nicht gut genug gespielt und drei Punkte verloren. Es war ein ordentliches Auswärtsspiel. An einem guten Tag kannst du vielleicht etwas mitnehmen. Heute hat es nicht gereicht. Ich denke, wir haben es gut gemacht, bis 2-1. Wir haben unseren Fokus verloren und es war nicht einfach, das Spiel zu drehen. Wir haben uns jetzt viel vorgenommen für das letzte Heimspiel. Wir müssen noch einmal alle Kräfte mobilisieren, alle wieder auf Vordermann bringen. Die kleinen Wehwehchen, die man jetzt vor dem Spiel davon getragen hat, aufarbeiten, beim Trainerspiel analysieren und dann zu Hause vor eigenen Fans noch einmal einen schönen Jahresabschluss feiern. Nächstes Spiel ist Dienstag. Wir möchten zu Hause gewinnen und machen diese Jahre mit einem Sieg. Wir möchten zu Hause kommen. Wir möchten zu Hause kommen. Wir möchten zu Hause kommen. Vielen Dank.